no wave guten tag holger holger ich erinnere mich als ich deine aufnahmen zuerst gehört habe da kam mir das ganze sehr stark elektronisch vor du hast das meiste ganz offenbar alleine gemacht man fragt sich als jemand der sich auch dann mit live musik beschäftigt wie stellt man sowas auf der bühne eigentlich da war das eigentlich ein problem für dich auch zu machen ja also es wären problem gewesen wenn ich nicht einige technische geräte noch in letzter sekunde bekommen hätte also das eine ist so ein synthesizer den der mark vorsteller mitgebracht hat und das andere ist ein so genannte emulator das ein musik computer den mir atta tag zur verfügung gestellt 40.000 mark singen dass ich keine band sonst eigentlich leisten kann nicht also 20.000 im übrigen hast du richtig mit einer band gearbeitet bei diesem konzert würdest du sie bitte mal vorstellen ja das ist einmal johann blei und der schlagzeug gespielt und ist so bekannt daher dass er auch bei anderen hamburger gruppen mitgespielt hat dann oliver grimm bass und mark purceller synthesizer vom wirtschaftswunder vielleicht manchen bekannt genau und er wohnt in limburg ich finde bevor wir weiterreden sollten wir uns das konzert erst mal anhören Das war's. 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 Das war's.